Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Super Blue Boy Planet. Wir waren ursprünglich bei Level 6. Level 6 ist deswegen jetzt schon gemacht worden, weil ich einfach, ja, gerade eben das... Oh, da spielt gerade ein Freund von mir, Super Blue Boy Planet. Na, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich gerade eben schon Super Blue Boy Planet aufnehmen und dann gab es einen kleinen Fehler, hat ein bisschen was geruckelt, bla bla bla. Ja, ich hatte dabei aber Level 6 schon fertig, aber keine Sorge, meine lieben Freunde, wir spielen es nochmal. Ähm, ich bin nur ungefähr eine Million mal gestorben bei dem Level, das kann ich schon mal, äh, sagen. Aber nur, weil ich einfach generell ein bisschen zu inkompetent war. Guck mal, jetzt kann ich... Es geht gleich da weiter, wo ich gerade aufgehört habe, naja. Naja, aber was will man denn machen, wenn man einfach zu dumm für solche Spiele ist? Na, nein, ich bin nicht zu dumm. Nein! Das kann doch nicht sein, Mann! Du, Kack-Alien! Alter, blöde Alien, sei doch, die meine Freundinnen führt haben. Äh... Ich frage mich, wie die Freundin heißt von ihm. Super... Uh, äh, was heißt Rose auf Englisch? Hahaha! Super Pink, äh... Ob es davon auch ein Spiel gibt? Super Pink Power Planet. Bin mir nicht sicher. Und Checkpoint erreicht! Ja! Okay, da kann ich einfach mal überall hinweg gleiten. Level 6 geschafft! Ja! Level 7. So, Level 7. Was erwartet uns in Level 7? Wir kommen... Oh, es ist ein Boss-Level! Boss-Level! Oh, 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 oh! Oh! Nein! Wir versuchen es einfach weiter. Juhu! Kommt doch her! Ja! Bitte was? Was? Bitte was? Warum ist das denn jetzt passiert? Okay, das kann noch mal... Ja, das kann noch 100 Millionen Jahre so weitergehen, ne? Ich hab auch heute echt einen guten Tag, ne? Ja! Weg mit dir! Oh, oh! Oh, ist eigentlich ganz einfach. Ja, als ob, man... Als ob der dann natürlich mit seinen komischen... Sperma-Schleudern da rumschießt. Ach, leider, leider, leider. So, dann schießt mal schön, spritzt mich ab. Ich war ich eh die ganze Zeit aus. Haha! Ja! Okay, einmal noch. Ich soll zu schießen, wenn ich dann mir absolut sicher bin. So wie jetzt! Yes! Geschafft! Oh, scheiß UFO! Oh! Oh! Ein wunderschön, dass er und Errungenschaft freigeschaltet hat. Kill the UFO und Beat Level 7. Und jetzt sehen wir schon, wir sind jetzt auf der zweiten Hälfte hier angelangt. Auf der... Auf der... Auf dem zweiten Drittel, wo er ja gesagt. Die ersten siebten Level haben wir alle geschafft. Und jetzt kommen die nächsten sieben Level. Level 8. Oh! Fängt schon mal ein bisschen unnuss an. Sind wir jetzt also im Untergrund, oder wie? Hui! 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 Hallo! Dankeschön. Press down to fall through platforms. Okay. Okay. Oh. Oh. Okay. Nein! Oh Gott! Verdammt! Okay. Da bin ich einfach nach vorne gelaufen. Ach Gott, Alter. Nein, spring doch! Mann, warum springt er denn nicht? Könnte mal irgendjemand in den Kommentaren schreiben, wie oft ich gestorben bin. Würde mich mal sehr interessieren. Oh Gott. Ja, eine Million Mal ungefähr, ne? Vielleicht bin ich auch so ein bisschen ungeduldig bei solchen... Das ist ein bisschen ungeduldig bei der Spermien-Schleuder-Reihe. Oder ich schaff's einfach für's Try. Hehehe. Yeah! Oh. Hehehe. Yeah! Hehehe. Wie ich's dann dann einfach runtergefallen bin. Hehehe. Also ich muss schon sagen, jetzt muss ich ein bisschen darüber lachen. Level 9! Das extreme Level. Boom! Habt ihr das gehört? Dieser echt krasse Sound. Press R if you got stuck. Okay. Okay. Wenn ich also feststecke, inwiefern denn feststecke? Vielleicht, wenn ich... Hui. Oh Gott. Ah! Ich weiß jetzt nicht, wäre das Ding sowieso wieder eingefahren, oder? Ach, keine Ahnung. Woho. Uh! Oh. Alles klar. Ich vergiss immer, dass man gleiten kann. Hui. Äh. Achso, ich muss mich hier beeilen. Ah, okay. Hab's verstanden. Ja. Ja. Geschafft. Weiter geht's mit Level 10. Alter, wir kommen heute sehr, sehr gut voran. Äh. Oh. Warte mal. Ist das... Ist das ein Ort, wo man einfach so runterfällt? Ja. Alter, geil. Ist das einfach so eine versteckte Scheiße, oder was? Äh. Okay, jetzt hab ich sogar vergessen, dass da was war. Ich bin schon echt ein... Echt guter Spieler, ne? Okay. Aua! Wer hat denn da mit gerechnet? Och man, du Scheißspiel. Ja! Okay, es geht hier also mehr um Ta... Facepalm of the year. Das letzte Kack-Ding, wisst du? Aua. Ja, hab ich verdient, ne? Hab ich verdient. Hab ich verdient. Warte mal, ach ne, da kommt man dann gar nicht durch. Okay, hier geht's also mehr um Timing. Oh! Hier geht's also mehr um Timing und... Wie dieser Typ halt... Rumspringt und so. Aua! Man, diese Kack-Stacheln, wisst ihr? Warte mal, ist die Zeit jetzt resetet? Ja, das war sie, aber... Hat mir trotzdem nicht viel geholfen. Ach, Leute. Nein, warum fliegt er denn nach unten? Ja, geschafft. Aua! Ja, okay. Ne? Alles klar. Alles klar, alles klar. Hab verstanden. Hab verstanden, Spiel. Du willst mich mobben. Das schaffst du auf jeden Fall ganz gut, heute. Ach, Leute. Was soll denn das? So, jetzt lass ich mich aber nicht verarschen hier. Und da ist dieser liebliche Sound, der meine Ohren so schön mit Glück gefüllt. Keine Ahnung, was ich hier labere. Level 12. 11. Entschuldigung. Level 11 natürlich. Ah, guck mal. Was für kleine liebe Hundis. Ah, sie fressen mich. Hilfe, Hilfe. Ja, ich zammatsch euch einfach. Dich töd ich auch. Ich dachte, man könnte so ein bisschen dann mit den Gleiden wieder hochkommen, aber offenbar war das jetzt nicht so der Fall. Alter, ich hab doch gegleidet. Alter, warum gleidet denn das? Ich drück zweimal weh. Also, du musst halt, man muss halt, beim ersten Springen drückt man ja weiter nach oben und wenn man beim zweiten Mal gedrückt wird, dann gleitet man so, so. Ah, jetzt hat's geklappt. Vielleicht war ich auch nur zu inkompetent. Warte mal, könnte ich versuchen, da über drauf, äh... Also, um drüber zu fliegen, das... Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich will jetzt mal ausprobieren. Nein, das klappt, glaub ich nicht. Scheiße. Alter, Mann. Ja! Das war souverän. Äh. Ach, das ist mit Zeit. Okay, hab verstanden. Oh Gott. Stirb! Äh. Äh. Okay. Hab ich jetzt mal R gedrückt, um... Ach, das war mit feststecken gemeint. Ah, das glaubst du verstanden. Hui. Oh. Schon wieder. Ja, also, läuft auf jeden Fall, äh, heute, heute sehr, sehr gut. Ich glaub, ich nenn den Part irgendwie, ich bin dumm wie Scheiße, aber... Naja. Ich bin dumm wie Scheiße. Leute, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt passiert aber nichts mehr. So. Zack. Easy peasy lemon squeezy. Oh Gott, Alter, ich bin jetzt bestimmt eine Million mal gestorben. Falls irgendjemand Bock hat, mach bitte einen Kill-Counter. Ich bin dieser Person sehr, sehr dankbar und diese Person kriegt auch eine Erwähnung in meinem nächsten Video. Ähm. Ich danke fürs Einschalten und ich freu mich auf die nächste Folge oder vielleicht auch eher nicht. Hahaha. Ne, auf jeden Fall sehen wir uns dann auf der, bei der nächsten Folge. Super Blue Boy Planet, wenn es heißt, dass der kleine, blaue Idiot seine rosa Freundin von den Fängen der Aliens retten will. Bis dann und ciao. Ciao.